Da wieder Postfingersyndrom. So. Und jetzt müssen wir hier erstmal wieder das Zeug da wegmachen, dass ich was sehe. Und Escape Terminal Zoo. Genau, da wollen wir möglichst so, dass hier der Scheiß abgeholt wird. Also muss quasi die 1 auf die 2. Oh, die 2 erstmal auf die 1. Dass da Platz ist. So steht hier mal 1. Ach, Station 1 von dieser Linie. Äh, ich verstehe. Also grün muss auf die 2. Genau. Das ist ja auch wieder doof, sagst du. Ne, ne, ne. Das sind ja beides Abholer hier. Und hier wird nur abgeliefert. Genau, Stahl wird hier abgeliefert auf die 4. Okay. Guck mal, ob das irgendwie... Warum fahrten wir solche Wege? Das ist doch schon da bescheuert. Kann man hier irgendwie... Kann man nicht. Warum? Das ist doch blöd. Das ist doch richtig blöd. Das ist nochmal anders. Und jetzt der Straßenzugang, Ausfahrt, da hin. Kann man dich hier auch besser setzen? Ich glaube, wie ist das. Ne, geht da da an... Na, gut, okay. Soll das beides hier drüben sein. Hier wird abgeliefert und hier kommt halt das Erz an. Heiliger. Jetzt müssen wir die Straße bauen. Schluckduppi-dupp. Ja. Schluckduppi-dupp. 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 Ja. Schluckduppi-dupp. 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 Schluckdur. noch mal ein bisschen upgraden und da fein den scheiß wieder weg okay bisschen schee machen ich werde auch wieder hier lang das sollst du doch gar nicht das rechnen jetzt auf so kannst du nicht von hier nach der drüben fahren geht mir doch nicht auf den säck quatsch 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 straße nicht aufrüsten gerade bitte so ich trete gleich durch ach man das ist doch nicht euer ernst letzter versuch wegpunkt diese richtung bitte die da nach der 2 ok Och, da kriegst du einfach zu viel hier, ey. Oh Gott, stell dir was. Immer noch da lang. Müsste doch jetzt habe ich hier lang kommen, oder? Oh, genau hier lang. Blödsinn. So, wir werden den Wegpunkt wieder hinsetzen. Und hier wieder, zack. Sonst hier aber bitte auf die 1, Gott verflucht. Warum sind die denn jetzt so falsch rum? Ist das jetzt irgendwie ein Witz oder so? Oh. 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 So, stopp jetzt hier. Ich denke, wir können hier ein Blutverkaufen oder was. Ganz normale Stadtstraße hier. Ja. Strasse. 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 Warum fährst du jetzt wieder da oben raus? Strasse. 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 So, jetzt habe ich das schon mal kapiert. So und jetzt sollst du aber bitte hier wieder zurück. Machen wir jetzt Stück für Stück, so Wegpunkt, die Richtung bitte und unten noch einen Wegpunkt hin, die Richtung, jetzt soll diese braune hier, genau, die soll nach der 1, genau, hier lang, da hoch und wieder zurück und dann soll die da hier auf der 1. Nach der 3 fahren und nach der 1, was er da nicht macht. Ich flipp gleich aus hier, ey. Ja. 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 warum musst du hier zehn runden durch das ding durchdrehen das verstehe ich nicht weil hier die abzweigung fehlt warum geht es denn jetzt wieder nicht lkw oder was ich lebe gleich aus die kosche unten rein kommen wir da oben raus und die rote quatsch scheiße hohes hanoi zentrum hanoi hanoi zentrum hier so genau mann 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 du sollst auf die zwei bist du schon ach das ist doch alles gülle so und es könnte mich gleich alle mal hier straßen zugang zufahrt so 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 kannst du noch dort ist es ja der traum ist das so 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 gerade die da hier die da drauf wird ganz genau die da hier wird abgerissen und du wirst hier lang geführt aber bitte als bogen das auge ist mit so gut die anlieferung die maschinen die kommen auf die hallo in ort auf die vier und du kommst auf die 3 machen wir hier nochmal einen wegpunkt hin genau genau das kann ich schon mal ab merkzeuge straße aufrüsten so noch mal das da das da gerade bitte alles klar das ist heute eine richtig schlimme bastel folge älter schwede so zack 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 von hier nach hier ist zu viel oder mal gut so das sieht wie ein heimgleist aus wo ist es wo ist es wo ist es dass da nicht gerade mit der kurve tonal ach so ja achso ja genau genau Und jetzt der Timer ist wieder auf. Ist jetzt halt ein bisschen näher, ne? So richtig ideal ist halt auch nicht. Ah, noch glätten, genau. So. Wie sieht es denn jetzt aus hier? So, jetzt möchte ich gerne nochmal einen Wegpunkt haben, der hier hinkommt. Und zwar haben wir jetzt diese zwei Linien, die holen den Scheiß ab. Die eine nach Hanoi, die andere nach Pyongyang. Du bist nach Pyongyang. Pyongyang ist oben. Sollst du bitte auf dieser Spur hier bleiben, das passt. Und die andere soll bitte nach Hanoi Nord. Da lang fahren. Da muss ich halt mal nicht so ganz schnell. Dann muss ich mal das anders machen. So. Warumst du hier? Auf die zwei. Genau. Und du hier auf die eins. Ne, drei. Genau. Ja, dort find's gut. Genau. Jetzt haben wir's endlich mal so ein bisschen hinbekommen. Lass uns erstmal weiterlaufen. Und wir wollten jetzt eigentlich nach hier, ne? Jetzt wollten wir hier abliefern. Müssen wir hier auch nochmal konfigurieren. Noch mal ein paar Güterdinger dran machen. Genau. So. Hier lass ich die Spielerei jetzt mal. Und hier hatte ich jetzt nämlich gedacht, Straßen. Aufrüsten. Landstraße. Das da. So. Ja. Wie sieht's dann hier aus? Ja, genau. So hatte ich das gehofft. Sehr cool. Äh, warte mal. Das ging doch irgendwie hier, ne? Genau. Jetzt müssen wir die Ampel weg machen. Und hier auch bitte. Äh, so hier. Gut. Und jetzt wollten wir den ganzen Eisenkrempel noch abholen. So hat man da von hier nach hier. Das soll LKW Zugeisen neu. So. Du sollst bei der 1 Einladen Eisen und bei der 2 Ausladen Eisen. Genau. Ist was zu weit. Du sollst aber bitte auf die 4, wo kommen wir das hin? Kommt ein Stahl eigentlich irgendwo von da, ne? Stahl kann nicht zufällig Eisen auch, ne? Der LKW. Da kommt alles. 17 Stück. So. Das wird auch eine Leistung. Ah, andere war das Problem. Dass der das nicht kann, 17.21. Das hat schon ein kleiner Unterschied. Schade. Oh. 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 60. So. Was ist denn hier? Da muss ich ja noch die Crample einstellen. Hey Quatsch, das ist bei Fahrzeuge verwalten. Ach Mensch, Fahrzeuge verwalten. So, jetzt. Genau, so. Du transportierst was? Maschinen. Muss ich dich nehmen, ne? Ja. Oh. 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 Oh, hoph. Google Ahn. Da habe ich jetzt mal das durchgeguckt, wie konnte das passieren? Ja okay, du bist neu, du bist neu, du bist alt, alle ersetzen durch Was bist du Stahl? Da haben wir ja gar kein passender, muss man den nehmen Ja okay, du bist neu. Ja okay, du bist neu. Kann ich das noch irgendwie ausweiten? Das ist Matthias ich. Die grüne und die roten. Nach Nord. Und das was? Toll. Ach so, ich habe ja noch einen Auslauf. Ich verstehe. Da könnten wir aber mal gucken. Wo ist denn hier welches Ding bei uns? Ah ja, sehr schlau. Können wir die 3 hier hinten setzen? Das da meine ich. Die 1. Können wir schauen, dass wir hier Straßenzugang. Eine Einfahrt. Hier hin. Ja. Und Straße. Einbahnstraße. So. 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 Und. Und jetzt nochmal Wegpunkt. Hier hin. Linie. Du doch. Genau. Oh! Vielen Dank. Können wir das nämlich vielleicht ein bisschen entzerren, den wir hier nochmal einen Wegpunkt hinsetzen. Und diese Kälberlinie hier, das ist die 1, dann zu 2 und von der 2 wieder zurück hier hin. Ach, es wird so ein Scheiß. So, joh. Das ist aber doch doof hier. Also, mitten drin kann es wechseln, aber eine Kreuzung nicht. Was ist das für ein Kack? Natürlich. Okay. 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 wechsel also habe ich nichts dagegen aber hier vorne ist doch blödsinn schweig 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 Der macht immer noch die Scheiße hier. Gibt es überhaupt nicht. Das nervt mich. 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 So. Das nervt mich. 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 Ach Gott nochmal, Katsch, konfigurieren, Einfahrt. Ok, das sieht so besser aus, da kommt der von mir, ah ja, genau, machen wir das so, kommst du hier oben weg, äh, du kommst weg, Straße, Straße, Kurve genau, so, und hier jetzt so, und noch einen Wegpunkt hier hin, und einen Punkt hier hin, so, und jetzt, machen wir den Scheiße so aus, machen wir wieder L, Doja, auch anders, so, Terminals, die Türkise hier kommt auf Terminal 1, die Lederne auf die 2, und die Grüne kommt auf die 3. Jetzt sagen wir das erstmal so, und theoretisch müssen wir jetzt da, und fährt jetzt wieder drei Kreise, der war genau den selben Scheiß, warum? Also so, ah, besser, Du raus, Haltestelle hinzu, Katsch, schon, genau. und der grüne fährt von hier nach hier nachdem hier wo lang jo kommt das so hin gefällt mir ganz gut soll jetzt auch noch eine sache ja 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 ich weiß ja ja Es klappt nicht, wir können hier eine kreuzung weg machen, das Ding weg haben und das Ding weg haben, und jetzt einfach nur verbinden, ha, sehr schön, zack, noch ein bisschen schön machen, so, ist das, keiner hat es gemerkt, oggeli doggeli, hier wollte ich noch, das ist aber jetzt doof, kann ich dich jetzt weg trütteln, das ist ja doof, ach, gott noch eins, zack, genau, so, nochmals wenigstens so, ach, die Ampel nervt mich, nicht, hier gut, gut von der ist eine Dame print, komplett voll dage gut, Ulloh. das hier wollte ich auch noch mal drüber tütteln runter ein bisschen das war zu viel gut haben wir das auch ausgemärzt was ist denn unser eisenzug eigentlich da ist er komplett voll sieht aber so ganz gut aus ok gut das heißen kommt weg das ist gut haben wir viel gebastelt gut ich sehe schon wir sind wieder bei einer stunde so lange soll es doch gar nicht gehen gut danke fürs zuschauen für die wieder geduld und ich wünsche euch einen schönen abend morgen was auch immer macht's gut bis zum nächsten mal tschüss